Setze oder lege dich an einen ruhigen, bequemen Ort, wo du für die nächsten Minuten ungestört sein kannst. Schließe sanft deine Augen und nimm einige tiefe, beruhigende Atemzüge. Mit jedem Einatmen nährst du deinen Körper mit frischer Energie und mit jedem Ausatmen lässt du Spannungen und Sorgen los. Stelle dir vor, wie mit jedem Atemzug eine Welle der Entspannung von der Spitze deines Kopfes bis zu deinen Füßen fließt. Fühle, wie du mit jedem Ausatmen tiefer in den Boden unter dir sinkst, sicher und gestützt von der Erde. Nimm nun in deiner Vorstellung eine Wurzel wahr, die von deinem Körper tief in die Erde wächst und dich im Hier und Jetzt verankert. Diese Verbindung gibt dir Stabilität und Erdung. Lenke jetzt deine Aufmerksamkeit sanft zu deinem Herzraum, dem Zentrum deiner Intuition und inneren Weisheit. Stelle dir vor, wie dieser Bereich mit jedem Atemzug heller und energiereicher wird. Vielleicht visualisierst du ein Licht oder eine Farbe, die diesen Raum ausfüllt und verstärkt. Begib dich nun in einen tieferen Zustand der inneren Stille. Stelle in deinem Geist eine Frage, bei der du Führung suchst. Oder bitte einfach um eine Botschaft, die deine Intuition dir jetzt geben möchte. Es kann etwas Spezifisches sein oder auch der Wunsch nach allgemeiner Führung. Nimm dir einen Moment Zeit, in Stille zu warten und zu lauschen. Beobachte, welche Gedanken, Bilder, Empfindungen oder Gefühle zu dir kommen, ohne Urteil und ohne Erwartungen. Vertraue darauf, dass alles, was aufkommt, Teil der Botschaft deiner Intuition ist. Vielleicht spürst du eine spontane Empfindung, ein Bild, ein Wort oder sogar einen Satz, der in deinem Bewusstsein auftaucht. Erlaube diesen Botschaften, sich frei zu entfalten, ohne sie zu analysieren oder zu bewerten. Es ist wichtig, jedem Impuls, der kommt, Raum zu geben und ihn willkommen zu heißen. Manchmal mag die Botschaft deiner Intuition subtil sein, ein Gefühl oder eine Ahnung. Vertraue darauf, dass auch das leiseste oder scheinbar unbedeutendste tiefgreifende Einsichten bergen kann, Wenn dir eine Botschaft oder ein Gefühl klar wird, kannst du in deinem Geist weiter nachfragen, wenn du mehr Klarheit oder Führung wünschst. Du könntest fragen, was bedeutet das für mich oder wie kann ich diese Erkenntnis nutzen? Sei offen für die Antworten, die in Form von weiteren Bildern, Gefühlen oder Gedanken zu dir kommen. Dieser Prozess ist ein Dialog, eine Konversation zwischen dir und deiner tieferen Weisheit. Sobald du das Gefühl hast, dass dieser innere Dialog abgeschlossen ist oder du eine Pause brauchst, nimm dir einen Moment, um die erhaltenen Einsichten zu würdigen. Bedanke dich bei deiner Intuition für die Führung und Weisheit, die sie dir angeboten hat. Nachdem du einen tiefen Dialog mit deiner Intuition geführt hast, ist es an der Zeit, diesen heiligen Austausch mit einem Gefühl der Anerkennung und tiefen Dankbarkeit zu ehren. Diese Phase der Meditation dient dazu, die Verbindung zu deiner inneren Weisheit zu festigen und die Empfänglichkeit für ihre Führung zu verstärken. Beginne, indem du in deinem Herzen einen Raum der Würdigung für die Stimme deiner Intuition schaffst. Erkenne an, dass es Mut erfordert, sich zu öffnen und zu lauschen und ehre deine Bereitschaft, diesen Weg zu gehen. Sage dir selbst, ich würdige meine Offenheit und den Mut meiner inneren Weisheit, Raum zu geben. Ich bin dankbar für die Führung, die mir zuteil wurde. Nimm dir einen Moment, um jede Einsicht oder Botschaft, die du während deiner Meditation erhalten hast, in deinem Herzen zu ehren. Selbst wenn einige Botschaften unklar geblieben sein sollten, erkenne den Wert der Erfahrung an und sei dankbar für jede Regung und jedes Gefühl, das aufgetreten ist. Visualisiere, wie jede Einsicht als kostbares Geschenk in deinem Herzraum einen besonderen Platz findet. Stelle dir nun vor, wie dein Herzraum mit Dankbarkeit erfüllt wird. Diese Dankbarkeit strahlt von dir aus und verbindet dich tiefer mit dem Universum und der Quelle deiner Intuition. Du kannst dir vorstellen, wie diese Dankbarkeit als Licht oder Wärme ausstrahlt, das dich und deine Umgebung erfüllt. Während du in diesem Zustand der Anerkennung und Dankbarkeit verweilst, bitte um einen Segen für deinen weiteren Weg. Du kannst eine stille Bitte formulieren wie Möge die Weisheit, die ich empfangen habe, mich leiten und stärken. Möge ich immer den Mut haben, meiner inneren Stimme zu folgen. Fühle, wie dieser Segen dich umhüllt und dir Kraft gibt. Nimm alles an, was während dieser Meditation zu dir gekommen ist und danke dir selbst für die Öffnung und das Zuhören. Danke auch deiner Intuition für ihre Führung und Weisheit. Stelle dir vor, wie dein Herzraum nun sanft von dem Licht oder der Farbe, die du zu Beginn gewählt hast, eingehüllt wird. Versiegelt mit Liebe und Dankbarkeit. Beginne nun, deine Aufmerksamkeit langsam zurück in den Raum zu bringen, in dem du dich befindest. Nimm einige tiefe, erdende Atemzüge und wenn du bereit bist, öffne sanft deine Augen. Bewege deine Finger und Zehen, dehne dich ein wenig und kehre mit einem Gefühl der Erneuerung und Klarheit in den Rest deines Tages zurück. Vielen Dank.